Hallihallo, mein lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, heute geht es mal wieder los und zwar machen wir heute mal wieder Kinder Smart Watch Time. Und ihr seht schon, ich habe die neue Explorer X6 Pro in der Hand. Meine Lieben, ihr fragt euch sicherlich, okay, X6 Play, X6 Pro, was ist da der Unterschied? Ich werde es einfach mal ganz kurz zusammengefasst für euch hier in diesem Video beschreiben. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist der Unterschied zwischen der X6 Play und X6 Pro? Das werde ich euch sagen. Natürlich hat die Pro ein bisschen anderes Design bekommen, aber zu den technischen Details vorweg. Wir haben jetzt einen leistungsstärkeren Prozessor da drin, wir haben ein neues OLED-Display bekommen, wir haben eine 5 Megapixel-Kamera bekommen. Außerdem ist die Standby-Zeit jetzt bis zu 72 Stunden angegeben. Laut Hersteller sage ich auch extra dazu. Also das Ganze ist quasi nochmal eine aufgewertete Version von der X6 Play mit mehr Leistung und besserem Display und längerer Akkulaufzeit. So würde ich es jetzt einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Wie das Schmuckstück aussieht, ihr seht auf jeden Fall, die Verpackungen werden jedes Mal hochwertiger, finde ich persönlich. Wir packen das Ganze jetzt einfach mal zusammen aus. Und meine Lieben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch gerne mal den Kanal und lasst ein Abo da. Ich sehe immer wieder, dass sehr viele Leute meine Videos gucken, aber nur sehr wenige davon abonnieren den Kanal. Support ist kein Mord, meine Lieben. Drückt gerne mal den Abo-Knopf, ist für euch kostenlos und mir hilft es weiter. Vielen Dank an der Stelle. Und wenn euch das Video ansonsten informativ geholfen hat, lasst doch gerne ein Like da. So, wir gucken. So sieht das Ganze aus. So, wir öffnen den Karton. Hier drin ist nochmal so ein kurzes Willkommensanschreiben. Kurz noch zur preislichen Sache. Ich habe sie jetzt bei Amazon gestellt. Link verlinke ich euch unten auch nochmal. 329 Euro ist schon im Kindersmartwatch-Bereich oberste Spitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe noch nie so eine teure Uhr gekauft. Ich habe nebenbei hier extra mir die Explorer-Seite aufgemacht, damit ich nichts Falsches sage. Die Pro kriegt ihr bei Explorer direkt für 249 Euro. Allerdings müsst ihr da bitte gucken, da sind Tarife mit dran gebunden. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. 249 Euro mit einer Tarifoption auf der Explorer-Seite direkt. Wie gesagt, ohne Tarif habe ich jetzt bei Amazon für 329 Euro gekauft. So, genug geschnackt. Ich würde sagen, wir holen sie jetzt hier mal raus. Ihr seht auch gleich schon das andere Display. Erschreckt euch jetzt nicht. Es sieht ein bisschen, ich will es nicht sagen, klobig aus. Aber ich habe sie jetzt gegen die anderen Uhren gehalten. Sie ist nicht dicker oder dünner als die anderen Uhren. Also sie ist genauso von der Dicke wie die anderen Uhren auch. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen, für mich wirkte es eher, aber ich glaube, es ist durch dieses Schwarz-Weiß, durch diese Absetzung. Aber von der Dicke her, also die Maße vom Gehäuse sind 42, 45 und 14,5 Millimeter Dicke. Das haben die anderen Smartwatches auch soweit. Meine Lieben, so, was haben wir noch drin im Karton? Hier haben wir noch zwei weitere Kartons im Karton. Brauchen wir das nicht mehr. So, einmal Ladekabel. Finde ich auch wieder sehr schön. Ich bin ja mal ein Freund davon, wenn es diese einfachen Ladestationen gibt, wo die Kinder es dann nur drauflegen müssen. Auch hier wieder, das finde ich gut. Ein Wechselarmband als Stoff. Jetzt ist ja hier so ein, ich sage jetzt, ich hoffe, es ist Gummi. So ein Gummiarmband dabei. Könnt ihr auf Stoff wechseln. Verschiedene Aufkleber sind es, die ihr dann anstelle von diesem weißen Aufkleber hier oben drum wickelt. Und um das Ganze noch ein bisschen zu personalisieren, habt ihr hier nochmal so bunte Bänder, die dann das Armband drin halten. Das ist alles mit dabei. Ich würde sagen, mein Lieben, das Wichtigste, worauf ihr alle wartet, wir schalten die Uhr mal an. Wie gesagt, nochmal kurz zu den technischen Dateis. Ich habe jetzt mit Absicht nur gesagt, was der Unterschied zur X6 Play ist. Das Video von der X6 Play verlinke ich euch aber auch unten drunter, wenn ihr da nochmal alle technischen Details haben wollt. Wie gesagt, es ist ein bisschen designmäßig, besseres Display, besserer Prozessor, besserer Kamera, mehr Akkulaufzeit im Standby, laut Hersteller angegeben. Kann man immer schwierig kontrollieren. Also, wie der Name Pro schon sagt, es ist einfach nochmal eine leistungsstärkere Variante von der X6 Play. So, ich würde sagen, hier ist noch eine Folie drüber. Da ist er. Die machen wir jetzt erstmal ab. Zack. Und dann starten wir zusammen mal das gute Ding. Nochmal kurz von der Seite. Hier haben wir einen Schalter. Hier ist der E. Okay, das ist dann zur Anmeldung. Lautsprecher, Kameras an der Stelle. Und wie gesagt, das ist ja auch eine E-SIM-Variante. So, einmal drauf gedrückt. Deutsch. Okay. So, herzlich willkommen beim Koppeln. Seht die Uhr mit der Explorer App. Um alle... Ja, die App habe ich euch auch schon im anderen Video mitgezeigt. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt gerade den einen Punkt übersprungen, wo ihr quasi dann die Uhr koppelt. Das brauchen wir jetzt nicht. So sieht das Display aus. Ich finde, ich gucke, ich versuche das mal hier bestmöglich. Also, man sieht schon, dass die Displayqualität sehr gut ist jetzt im Vergleich zu den anderen. Ich hoffe, es kommt über die Kamera auch so drüber. Aber es ist wirklich... Ich versuche, die jetzt auch mal ein bisschen so zu schwenken, dass ihr auch verschiedene Lichteinfälle seht. Es ist wirklich ein gutes Display. So, der Touch ist auch flüssig. Ja, doch. Anrufe, Plaudern, Kamera, Fotos, Schritte, Alarm, Kalender, Wetter, Taschenrechner, Einstellungen, Stoppuhr. Okay, ich würde sagen... Ah, doch. Aber guck mal, ihr seht, es reagiert doch ganz gut. Was geht da noch? Keine Kontakte. Runterziehen. Geht nicht mehr. Hochdrücken. 45 Schritte habe ich schon gemacht. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ich habe die Uhr gerade das eingeschaltet. Aber okay, wahrscheinlich geht die auch wieder so ein bisschen durchs Bewegen. Okay. Kann ich noch was machen, wenn ich gedrückt halte? Ja, hier können wir dann noch unterschiedliche Displays einstellen. Also Hintergründe einstellen, ich Display. Manchmal muss... Also man muss schon beim Touch diesmal ein bisschen doller drücken, kann ich gleich mal vorweg sagen. Das ist mir jetzt schon eben auch beim Einstellen ein bisschen aufgefallen. So, Anrufe ist klar. Wenn wir keine Kontakte haben, können wir auch keine drin haben. Am Plaudern wird dann der Chat sein. Keine Internetverbindung. Kamera können wir aber testen. Das ist die Kamera. Da seht ihr mich. Hallo? Jo, ist okay. Fotos, logischerweise haben wir jetzt nichts drin. Schritte haben wir jetzt schon mehr. Nein, 45 bleibt. Okay. Zack, zack. Alarm brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Wetter wird jetzt wahrscheinlich aufgrund... Ja gut, hat er jetzt nicht aktualisiert, weil wir hier nicht im Internet sind, im WLAN sind. Taschenrechner können wir uns noch einmal angucken für die Schule, aber es ist wirklich ein Standard-Taschenrechner. Der geht nochmal in die Einstellungen rein. Okay, also man sieht auf jeden Fall auch, durch das neue Display haben wir ja so ein bisschen neue Animationen bekommen. Wichtig ist Helligkeit. Wir stellen die Helligkeit jetzt mal ganz hoch. Also sie ist jetzt gerade auf 24%. Jetzt wäre sie auf Maximum. Oh ja, also es ist schon... Das Display ist wirklich gut, muss man sagen. Das Display... Aber... Also ich habe mit meinem dicken Finger ein bisschen Probleme mit dem Touch, muss ich ehrlich sein. Ziffernblatt können wir hier noch einstellen. Achso, gut, das können wir auch übers Lange gedrückt halten. Sperrbildschirm. Okay, die Einstellungen sind relativ überschaubar. Und wenn wir nach links, Kontakt, keine Anrufe. Also das ist quasi so die Kurzform, dass wir dann nochmal sehen können, was es da alles gibt. Okay, aber ihr seht, also das Wischen funktioniert gut, aber ich habe ein bisschen Probleme mit dem... Jetzt geht es wieder relativ gut. Wenn kleine Touchknöpfe sind, dann habe ich ein bisschen Probleme, aber vielleicht liegt es auch einfach an meinen dicken großen Fingern. So, das soweit zu der Uhr erstmal an sich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ins Fazit und sprechen nochmal ein bisschen über die technischen Details. Also meine Lieben, ich muss sagen, vom Display her macht die Uhr wirklich einiges her. Ich habe mir jetzt nochmal kurz in der Zwischenzeit die Details von der Explorer X6 nebenbei aufgerufen. Entschuldigt bitte, ich habe vorhin gesagt, sie hat längere Akkulaufzeit, das ist so nicht korrekt. Die Akkus wurden einfach nur verändert, wobei lustigerweise hat die X6 Pro einen kleineren Akku drin als die X6 Play mit 880 mAh hat die X6 Play. Und 760 mAh hat die Pro jetzt. Also ich dachte, da hätte es irgendwie ein Abglück gegeben, aber anscheinend liegt das dann daran, kleinerer Akku, aber trotzdem gleiche Laufzeit von bis zu 72 Stunden. Wahrscheinlich, weil das Display jetzt weniger Strom verbraucht. Vorher war ein TFT-Display verbaut, jetzt mit dem OLED. Ich denke, daraufhin ist das zurückzuführen. Ansonsten muss man ganz wertfrei sagen an dieser Stelle, es ist zwar eine schöne Uhr an sich, aber für 250 beziehungsweise 300 Euro ist das schon eine Hausnummer dafür, dass, abgesehen vom Prozessor, die anderen Dinge sich nicht wirklich sehr viel verändert hat. Klar, das Design natürlich auch, aber wenn ihr überlegt, dass ihr jetzt gerade bei Explorer die X6 Play für 89 Euro bekommt und für die hier müsst ihr knapp 300 Euro bezahlen, würde ich mir schon überlegen, ob ein bisschen leistungsstärkerer Prozessor und ein bisschen andere Optik und das OLED-Display mir das wert sind an der Stelle. Ansonsten muss man sagen, dass auch fast alle anderen Werte wie Größe, Gewicht etc. nun minimal sich unterscheiden. Also es ist wirklich sehr ähnlich geblieben, auch wenn diese Uhr optisch anders daherkommt, ist sie trotzdem von allen Maßen fast genau identisch wie der Vorgänger. Also, ja, muss ich mal wertfrei sagen. Wie gesagt, ich habe sie jetzt nur in einem kurzen Test mit Ausprobieren etc. Ich habe sie jetzt nicht lang Zeit getestet. Vielleicht würde dann rauskommen, dass die GPS-Funktion jetzt noch ein bisschen besser funktionieren. Die waren ja bei manchen Explorern immer so ein bisschen, naja. Ich persönlich hatte nie Probleme, aber ich habe viel gelesen, dass viele Probleme haben. Ob sich das jetzt deutlich verbessert hat, kann ich jetzt in diesem kurzen Test leider nicht sagen. Ich wollte euch heute nur mal einfach einen Eindruck geben, wie die X6 Pro jetzt aussieht. Was wirklich die Unterschiede sind zwischen der Pro und der Play, müssen wir ganz wertfrei sagen. Für, wenn ihr sie bei Amazon kauft, sind es ja dann schon 250 Euro Unterschied. Wenn ihr jetzt die für 89 Euro bei Explorer auf der Seite direkt kauft. Dafür muss ich ganz wertfrei sagen, würde ich es nicht ausgeben. Also, so groß finde ich sind die Unterschiede jetzt nicht. Dass sich das lohnt für diesen großen Preisunterschied. Da muss man wirklich sagen, dann holt euch jetzt die X6 Play. Für 89 Euro ist das wirklich ein Toppreis. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Uhr. Nur für ein besseres Display und einen besseren Prozessor, grob gesagt. Meiner Meinung nach lohnt sich dann dieser große Preisunterschied nicht. Aber es ist meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare, mein Lieben. Habt ihr allgemein noch Fragen zu der Uhr, schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Explorer-Videos. Ich habe alle Uhren getestet. Jetzt auch nochmal unten mit in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch selber nochmal eine Meinung bilden. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn es euch geholfen hat, lasst gerne ein Abo da und ein Like nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Bye, bye. Bye.